Da sind wir wieder, bei DC Universe Online gegen Akilo, mit Frames, die manchmal nicht so wollen. Trägt mich sehr auf, aber ich kann gerade nichts machen dagegen. Ich werde wahrscheinlich eine neue Festrolle besorgen müssen bald, aber... Hat er mich Stuhlwurm genannt? Also ich hoffe jetzt nicht wie ein Kacka-Stuhl. Ähm, okay, hast du, wir müssen die Lichtschnitzer umlegen. Das mussten wir ja vorher sagen. Weil so kann ich Akilo natürlich nicht besiegen. So, so haben wir ihn doch bestimmt weg. Was? Hat er nicht gerade den Angriff abgewährt, oder? Nee, das ist gerade nicht passiert. Ja, Willenskraft, äh, Angst ist mir scheiße. Ja, du, ich kenne das mit den Lichtern nicht. Ich kenne nur mein tolles Licht. Oh Gott, ich weiß gleich, was Purple ist. Alter, ey, Alter. Hast du nicht mehr alle? Das kann doch mal ins Auge gehen. Was machst du denn dann, wenn es ins Auge geht? Dann, dann wehst du wieder. Gut, kenne ich den Akilo. Ah. Der frisst da drüben auch eine nette Energie, der Ravenbrake, ne? Also, muss man auch ihn mal lassen. Ist auch schon ordentlich. Oh, ein Schwert. Nett. Schön, dass wir weiter auf links springen. Mann, Mann. Der cool ist, der geht ran. Interessiert mich ja hier fast. Ja, gut. Dann bin ich ja beruhigt. Ich bin besser. Da hatte ich nämlich gerade ein bisschen Angst. beeinflusst alle Ringe. Und wir sind es nicht. Aber wenn du mir nicht glaubst, können wir dir es auch gerne auf die harte Tour beibringen. Das wäre immer leichter. Ah, ich sehe, du hast Verstärkung mitgebracht. Können sie es in der Estrus machen, statthalten? Mütet deine Zunge, ihr zu befohlen. So. Dafür werde ich dich fertig machen. Einmal den, dann den. Hoppala. So nicht. Ich werde mal schaffen. Raffen wir nicht, dass es nicht die Ringe waren? Ach, komm. Hast du dich gerade erst wiederbelegt? Ja. Kannst du mal bitte die Laterne anmachen? Ich gehe mit meiner Laterne. Und deine Laterne mit dir. Hast du schon Angst? Ja, oh, meine Laterne nicht gerne. Ja, oh, und dann lache ich denn hier. Bayaquillo war gerade, ja, war. Krass. Du, wenn ich ihn angreife, dann ist die Nestron auch sofort instant drungen. Ey. Nervt doch nicht. Hör diese Energie, Batterie. Ah. No. Hast du schon Angst? Sogar jetzt. Hör dich da. Warum gehen die alle auf mich los eigentlich? Ich bin nicht der Einzige hier. Sollte man immer bedenken. Was habt ihr mit unseren Ringen gemacht? Blödsinn. Dafür werde ich dich fertig machen. Jetzt bist du dran. Pascal will ich verhör dich. Ja. Ja, der ist down. Ach, komm schon. Echt noch ein drittes Mal. Manhunter hin, Manhunter her. Manhunter sind doch gar nicht so schwer. Da. Ey, ich weiß gar nicht, ob wir nicht gehen sollen. Also, scheiße, ey. Ja, bestimmt nicht vor dir, du Schwachkopf, ey. Ah, die Nestron ist schon da. Ach, Aquilo. Hi, Aquilo. Zack. 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 Nochmal? Nee. Alle down. Gut. Mein Ring ist erschöpft. Ansonsten würde ich dich mit der Kraft deines eigenen Schreckens niederwerfen. Mich? Ach nee, ich. Es ist noch nicht vorbei, Lanterns. Auf dass die Angst in uns allen hausen wird. Sein Ring ist beinahe ausgelaugt. Danke für die Hilfe. Wir übernehmen von hier. Ich war der Größte aller Green Lanterns. Jetzt haben wir konstante 25 Sprengs. Ich habe dem Universum Zucht und Ordnung gebracht. Das ist manchmal nicht. Als ich dem Licht meinen Willen aufzwang, begann für das Green Lantern Corps ein neues Zeitalter. Als ich verbannt wurde, Lernte ich, dass der Wille leicht gebrochen werden kann. Durch Angst. Angst ist mächtig. Glaubst du, du seist furchtlos, dass ich so leicht zu besiegen bin? Denn wer die Ordnung würdigt nicht, der brennt im Feuer durch Sinestros Licht. Ich habe mir gestern den Spruch eingezogen von den Orange-Ländern. Müsst ihr einfach mal googeln. Sehr interessant, sehr lustig. Was mein ist, ist mein. Und mein ist mein. Und mein ist mein. Und mein ist mein. Mein Scheiß. Das ist ziemlich gestört und krank. Nein, wir haben was. Ha. Voll abgezogen. Und Raven Brake ist 40. Also, man, Chrissi, du bist echt gut geworden. Also im Vergleich zu anderen DC-Spielern, die das Spiel gerade erst anfangen. Hoffentlich ist Raven Brake jetzt nicht der Pro-Spieler des Jahrhunderts. Weil sonst bin ich am Arsch. Ah, du, plan to play. Ich habe viel mehr Punkte gemacht, aber du, du bist einfach scheiße. Jo. Sind wir noch in den Vierern drinnen? Natürlich sind wir auch in den Vierern drinnen. Tja, da würde ich jetzt aber mal kurz warten. Ich weiß noch gar nicht, wie viel haben wir gerade bekommen. Anerfolgs-Subzeichen. Mann, tut mir voll leid. Stoße die ganze Zeit auf. Suche Gilde. In welchem Jahrhundert lebt der denn? Ne, im Ernst. Also, wer sagt denn heutzutage noch Gilde? Gerade in DC. In anderen Spielen auf jeden Fall. Dort ist Gilde auch angebracht. Aber hier ist Gilde auf keinen Fall angebracht. Oh mein Gott, sieht der süß aus. Stand gebläse. Ach ja. Habt ihr irgendwas gegen das Bild? Das wird geil, was ich meine. Aber gut. Ich finde es schön. Jetzt haben wir wieder volle Frames. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. 14.000 Bargeld. Macht sich auch ganz gut. Du bist also neu hier, was? Ich bin neu hier. Willkommen im Zirkus. Danke. Hier wird es manchmal ziemlich verrückt. Aber wir kommen schon klar. Schön. Ich habe auch jetzt nicht gefragt, ob es ihr nicht klarkommt. Aber quatsch mich ruhig voll. Nehme ich gerne an. Oh, Wachtturm Zellblock. Das ist lustig. Habe ich gute Erinnerungen dran. Lange nicht mehr gespielt. Deswegen. Oh, doch. Einmal hatte ich eine richtig krasse Erinnerung. Also, da habe ich jetzt gerade so eine richtig krasse Erinnerung dran. Da sind wir da durchgerannt. Irgendwie nichts. Und dann hatten wir einmal so einen Typen da mithängen. Du. Aber es ist mal lustig. Ähm. Na, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ich muss mal kurz gucken. So. Jetzt haben wir es auch schon. Cranker Animation of the patient. Drastische Maßnahmen werden eingeleitet. Neustart. So. Neustart. Wie kümmerst du dich darum? Meinst du, du schaffst es? Ja, du schaffst es offensichtlich. Automatische Aufstands-Kontrollsysteme neu gestartet. Wuuuh, das macht Spaß. Klinischen Schaden erlitten. Oh mein Gott, ich bin blind. Haben wir alle besiegt? Ich glaub schon. Hey, ich hab ordentlich Schaden gemacht dafür, da ich ganz schön spät nachdenkomme. Klinischen Schaden erlitten. Wie läuft er denn? Leuchtbar. Muss entkommen. Ich gehe nicht zurück. Oh, den hab ich. Macht mich sofort los. Na, Idiot, ey. Weißt, der stand direkt neben ihm. Nö. Hatte wenigstens gesagt, dass Aain dann... Sag mal, wenn du die kaputt machst, musst du die auch festnehmen, du Idiot. Lazy Scheiße, ey. Ja, so würde ich natürlich auch am meisten Schaden machen. Unfeier! Keine KP mehr. Wir sind nicht alle aufzuhalten. Uns kann man nicht einsperren. Uns kann man nicht einsperren. Wir sind Leuchtbar, der Leidenmensch. so automatische Aufstandskontrollsysteme neu gestartet dann halt nicht da drinnen tut mir leid aber ordentlich schaden durfte ich ja machen gerade müssen ja Kontrollsysteme neu gestartet. Hallo, Prinz Ulgo. Prinz Ulgo von Gorilla City. Erhebe dich und Dina Brainiac. Den haben wir mal in zwei Sekunden auseinandergenommen. Das war so krank. Sooo. Ja, dann schafft man ihn jetzt nicht so schnell auseinanderzunehmen, aber faszinierend. Sooo. Warum geht der nur auf mich los? Ah ne, macht er nicht gut. Ich hab ja schon mal ein Brickweg. Aber auch, den kriegst du so schnell down, ey, wenn du ein bisschen das Spiel spielen kannst. Ist schön. Angenehm. Angenehm, muss ich sagen. Echt. Macht mir sehr viel Spaß dann. Für gewöhnlich müssten wir sogar Erfolgsauszeichen bekommen haben dafür. Geht's nicht da rein? Es ist zu spät. Wir sind ins Herz eures Gefängnissystems integriert. Leuchte. Manchmal ist es einfach zu lange her, ne? Ich hab's nicht da rein. Klotischen Schaden erlitten. Jo, nett, nett, nett. Der Sieg ist unser. Habe ich gerade hier zepennt. Hör, 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 hör. Hydraulik Schaden erlitten. Boah, hey, nerv mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoppala. Wat war denn da los, quasi? Scheiße, verdammte. Kurz durchatmen. Machst du das? Du machst das. Muss dahinter gehen, genau. So. Ach ja, den Kleinen nochmal das Spiel erklären. Ist auch immer schön. Ähm, ich würde dir helfen, aber... Neu gestartet. Ich will nicht selbst dabei sterben, dir zu helfen. Und wenn man so rein rusht, dann ist man selbst schaust. Hahaha. Die Reparation ist eingeleitet. Ich mein, der Lazy Tartus muss 10 Stufen über mir und ist trotzdem besser als ich. Das geht doch gar nicht. Das geht schon, aber schade. Ich hätte mich jetzt besser eingestuft inzwischen, aber vielleicht spielt der auch schon zum 17 Mal. Ist ja für gewöhnlich immer so, wenn du hier spielst. Ach, verfickte. Aber ich mein, natürlich, ähm, interessant. Machst du irgendjemand anders? Ich hab darauf keinen Bock mehr. Die Teile ficken mich an. Ich mein, sie nerven mich dezent. Und, äh, eigentlich müsste ich jetzt schon wieder eine neue Folge anfangen hier. Ja, nur mach ich jetzt auch. Ich bedanke mich, äh, all dir stellst du es. Ich kann mich zuschauen. Von ihrer Seite. Und jetzt werden wir Hawkman und so retten. Ne, ja, doch gleich. Gut, wir sehen uns. Tschüss, bis gleich. Tschüss.